und weiter geht und wir stehen hier wieder erneut vor diesen Sachen und was ist das? Ja und ich forse hier weiter in die Stadt. Äh. Und ein Schraubenzieher. Bei dem Schraubenzieher kann man auch Dosen etc. aufkriegen, ne? Ja. Geil. Ich habe einen Pilotenhelm gefunden. Einen Pilotenhelm, nice. Ja, den ziehe ich mir jetzt auf. Sauber. Der sieht witzig aus, ha. Junge, wie viele sagt ich. Ey, was sieht er nicht mehr, ein Brecheisen oder ein Feuerlöcher? Oh, das habe ich keine Ahnung. Jawohl, Thunfisch. Ne, Sardinen sind das. Was sieht wohl mehr, der Feuerlöcher oder das Brecheisen? Warte, ich guck mal eben, wie schnell ich eigentlich mit einem Feuerlöcher hauen kann, so. Mach, wenn du schneller mit dem anderen, mit dem Brecheisen hauen kannst, ist das Brecheisen besser. Ja, ich glaube, ich behalte erstmal den Feuerlöcher. Was ist dieses Epinephrine? Habe ich auch mitgenommen, das ist glaube ich so eine Art Spritze für irgendwas. Eine Spritze für... ...Maske auf wie einer aus Payday. Ja, ja, stimmt, die hatte der Typ von Sarazau. Geil, ich habe einen Waffengurt gefunden, da kann ich eine Revolver oder sowas reinstecken. Na, uber. Ne, ne, es kann auch sein, dass du da nur so eine Knarre reinlegen kannst. Toll, dafür muss ich aber meine Jacke ausziehen, da habe ich keinen Bock drauf. Du musst deine Jacke dafür ausziehen? Ja. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, egal, ich lasse es. Hier ist noch Motorrad-Tembrum, genau so ein grüner wie meiner. Nur, dass meine Prustine ist. Und gebackene Bohne. Bonne, Bonne. Junge, wie hardcore mein Charakter einfach nur aussieht. Einer auch, mit zu feiern mit dem Sniper. Ey, ich habe für letzte Folge schon wieder vergessen, Screenshots zu machen. Egal, machst du dir halt nachträglich. Okay, ich nehme mal die Sniper in die Hand. Hm. Ah, ja, jetzt kann er plötzlich ganz normal laufen, ne? Soweit ich die Sniper in die Hand nehme, läuft er ganz normal. Für die Folge habe ich schon mal einen. So, ich gehe mal hinter das Hotel. Und was trinken können. Weißt du, was ich gefunden habe? Was? Eine frische Banana! Ich bin die ganze Zeit frisch und frisch. Ups. Entgeil. Auf mich schießt jemand. Scheiße, Mann. Hau ab. Fuck, ich war gerade was am Trinken, leck mich. Fuck, Junge. Du schaffst das. Ich bin fast tot. Verdammt, ich blute. Scheiße. Komm schon, Junge, du schaffst das. Ich glaube, da kommt gleich ein Zombie. Verdammte Scheiße nochmal. Alter, renn da hoch. Oh, wo ist dieser Zombie? Scheiße, ich habe gar keine Rags. Verdammt, ich habe keine Rags. Und ich blute. Verdammt. Komm schon, Junge, du schaffst das. Verdammt. Habe ich denn kein T-Shirt oder sowas an? Du müsstest eigentlich ein T-Shirt anhaben. Ja, schön, das kann ich aber nicht nehmen. Toll. Toll. Ich bin dann verbluten, Alter, wenn das so weitergeht. Ich habe nichts. Toll. Oh nein. Nicht schon wieder. Warum schießen mich immer alle ab? Ich habe gerade so einen coolen Pilotenhelm gefunden. Deswegen vermutlich. Wo ist jetzt der scheiß Zombie? Warte, ich glaube, ich weiß, wo einseitig ist. Ich versuche dort hinzurennen. Ey, Junge, geh doch durch. Und der Typ, wo ist der Typ hin? Ich weiß es nicht. Ich laufe mal Richtung Krankenhaus und gucke, ob da vielleicht wieder was liegt. Mach. Verdammt, da bin ich am Trinken und was isst. Da kommt der an und knallt mich alles kalt ab. Naja, noch bist du nicht tot, also hat er dich nicht abgeknallt. Ich bin nicht tot, aber ich blute. Wo ist der scheiß Zombie? Warte, ich kann mir mal versuchen, diese Spritze zu injizieren, ob das besser wird. Der Zombie ist... Hä? Der hat doch die ganze Zeit brüllen gehört. Komm, warte, vielleicht liegt hier irgendwo eine Rape. Hauptsache du wärst... Hauptsache du wärst immer abgeknallt. Junge, kann ich doch nichts für. Ich weiß, ich finde das nur komisch. Oh, hier steht ein Zombie rum. Du warst das bestimmt, der ist ein Zombie, ganz toll. Oh, wie geil. Wie geil, das denn auf der Zombie... Ich glaube, das ist ein Zombie, plötzlich... Sprintet der so mit dem großen Schub auf mich zu. Ich hau dem dann so mega, als kalt meine Achse in den Schädel. Toll, ich stehe hier ganz schön. Ungünstig eigentlich. Und der läuft da noch kurz weiter und stirbt. Ja, ich kann mich mal engagieren. Ja, Mann. Puh. Mega. Ich esse mal was. Mach, mach. Ist dir Zeit. Ist der Typ immer noch da? Toll, completely ruined, leck mich. Ist der Typ noch immer da? Ja, der ist bestimmt noch da. Fuck. Ich bin aber gerade weggerannt. Gut, dass ich zum Krankenhaus gelaufen bin. Da habe ich nämlich noch ein T-Shirt gefunden. Dauber. Ich laufe jetzt trotzdem wieder der T-Shirt hin. Ich muss da lang. Äh, ich will den Fahrstuhl benutzen. Ich bin jetzt bei diesem abgestürzt zu einem kaputten Haus drin. Wenigstens bin ich nicht mehr durstig. Bis dahin konnte ich noch trinken. Soll ich dir mal entgegen kommen? Ja, ey, lass mal stecken, ich kacken, ich schaffe das schon. Ja, wirklich, wenn ich dir entgegenkomme, kann ich dir vielleicht helfen und den Typen sehe den Typen. Ja, okay, mach. Es dauert aber ein bisschen, bleib einfach so lange da. Ich will auf jeden Fall nicht abkacken, weil ich bin da so gut dran eigentlich. Ja, ja, der kampiert da ganz sicher. Oh, oh. Hinter mir war ein Zombie. Ich hau den jetzt. Kampiert da ganz sicher. Ich würde auch auf einen warten, der den Pilotenhelm anhat. Ich mit dem Feuerlöscher. Genau, wenn er mit seiner Sniper kommt, dann hast du den Feuerlöscher. Tja, tja, da guckt der, da guckt der. Ich glaube, der hatte eine M16, der hat ein Schnellfeuergewehr gehabt. Fuck. Nein, doch nicht die Knarre. Die Mosin. Hm. Schätzchen. Oh, jetzt ist wieder alles grau. Tut mir leid, meine lieben Freunde. Fuck it. Egal, Hauptsache, du lebst noch, dann hast du das Campen. Ich hab grad gedacht, ich hätt' nicht aufgenommen. Das wär Fail gewesen. Okay, bleib da einfach, Junge. Der wartet da ganz sicher auf dich. Ich, Junge, kann mir mal aufhören, immer die Zombies überall hinterher zu rennen. Ja, ja, das ist immer so. Genau, wenn du noch keine guten Sachen hast, laufen die Zombies scharbar jetzt hinterher. Sobald du ne Axt findest, läuft immer nur hin und wieder mal einer hinter dir her. Ja, ich hab Eclipse. Ja, man, mega. Du kannst da jetzt noch ein bisschen verweilen. Ich bin auf dem Weg, halte durch. Ich bin jetzt gleich beim Ausgang von Dingern, Tscherno. Möglicherweise kannst du mir helfen mit Essen. Äh, ich guck mal, ja, ja. Oh, Junge. Was? Der scheiß Zombie, ich vergesse die ganze Zeit, dass der da rumläuft. Ja, ja, ich kann dir helfen. Ich hab noch Sardinen und Brunnen. Junge, ich find nur Feuerlöscher. Ich brauch aber kein fucking Feuerlöscher. Ja, ja, dafür müssen wir jetzt eine Feuerwache. Am besten wir warten, bis ich wieder bei dir bin. Dann kann ich dir noch ein paar Sachen geben. Nein, der kommt hier hochgerannt. Junge! Alter, immer wenn ich hektisch bin, verkack ich mit der Steuerung. Bei mir ist das immer so, ich verkackte nicht mit der Steuerung, aber das Spiel hakt immer, wenn es da um die Wurst geht. Weißt du, wenn ich bei dir bin, könnte ich dir eigentlich meine Knarre geben, also die Handknarre. Ich kann mich aber auch nicht wirklich werden. Ja, aber dann hast du wenigstens einen Schuss und wenn du irgendeinen anderen Spieler siehst, kannst du dem vielleicht einen Heddy. Alter, ey! Hast du gehört, das bringt vermutlich was. Ja, ja, toll, ich blute. Toll, scheiße. Wegen dem scheiß Zombie-Alter. Ist der tot oder lebt er immer noch? Der lebt immer noch. Fuck, hau mit dem Feuerlöscher drauf. Junge, ich versuch's ja, der stirbt aber nicht. Ja, haben wir auch einen Zombie. Toll, die Rex sind completely ruined und ich blute. Und die Pipsy ist jetzt auch ruiniert. Fuck, scheiß Zombie. Das heißt, ich bin mal wieder kurz zum Abkacken. Scheiße. Hammer. Ich freu mich. Lapp mich doch, Alter. Man findet ständig T-Shirts oder sonst was, ja, da wo man sie braucht, nicht. Ja, ja, und Bandanas, etc. Ja, kann man ja auch ein Rack umwandeln? Ja, klar. Wenn ich die Füllstiefel brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob man Handschuhe in Racks umwandeln kann, aber Hosen, glaube ich auch. Okay, die Pipsy kann ich doch noch trinken. Nein, 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 der Zombie, nein, Junge, aufzutrinken. Scheiße. Junge, schaffst du das. Junge, Notacola. Du schaffst das, Junge. Ich glaube an dich, du bist Dave. Das bin ich. Sicher? Junge. Noch eine Pipsy. Sauber. Tötet ihr den Zombie. Ich bin immer noch am Bluten. Scheiße. Verdammt. Was trinkt du? Ich werd gleich 100 pro unmächtig, ich seh's schon vor mir. Egal, ich hab ihn, Defi. Ja, dafür musst du mich erst mal finden. Ich weiß, das ist das Brian gefunden, Junge, jetzt werd ich hier zugeballert. Ja, ja, du kriegst genau dann die Getränke, wenn du kurz vorm Tod bist. Oh, ich hab' das gemacht, das ist das, ich hab' das gemacht. Fick dich doch. Fuck, das heißt, du schnippst jede Sekunde. Hm, Junge. Komm schon, Junge, du schaffst das. Du bist Dave. Junge. Junge, Cowboyhut. Ich dachte, das wär' ein scheiß T-Shirt. Cowboyhut. Geil, Cowboyhut. Leck mich. Komm, mein T-Shirt, bitte. Ich bin jetzt bei den ersten, bei diesen Schienen vor, Scherno. Ich brauch' ein T-Shirt. Boah, ich hoffe, ich komm' da noch rechtzeitig an, Junge. Du schaffst das, Dave. Ich bin immer noch am Bluten. Junge, ich lauf' in die falsche Richtung. Leck mich. Oh, Junge, was ne Folge, ey. Wieso, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Nervenkitzel. Da liegt nur ein Bauarbeiterheim. Fick dich doch, Alter. Scheiße, Mann. Oh, du schaffst das, Dave. Wenn ich bei dir bin, kann ich dir mein T-Shirt zerein. Oh, ne, ich hab' noch ein paar Wacken. Guck, Beans. Toll, ne Rohrzange. Oh, noch was zu trinken, Jungens. Ich kann da schon alles nicht mehr mitnehmen. Das ist doch was zu trinken, oder? Ja. Scheiß drauf, Alter, ich muss jetzt erst mal hier was. Junge, stattdessen finde ich zwei Caps in einem scheiß Raum. Cappies? Ja, was will ich mit verdammten Cappies? Vielleicht kann man die auch hinzu-wax-tieren. Glaub' ich kaum. Ich kann's probieren. Nein, kann man nicht. Nein! Bin tot. Nein! Mich hat der Typ abgeknallt. Der ist mir gefolgt und der ist mir in den scheiß Raum. Der stand grad vor mir, hat mich abgeknallt. Fuck! In welchem Haus war der? Verdammter Wichser, komm ja nicht nach Sternow, du wirst auch abgeschossen. Ich lauf grad... Der stand auf einmal im Haus drin und hat mich abgeknallt. Ich dreh mich um, nach links, tot. Du meinst Elektro? Ja. Ich bin nämlich grad auf dem Weg, dann. Toll, und ich muss auch jetzt wieder nach Elektro, Alter. Da trifft er mich wieder. Wo war der denn da? Weiß ich nicht, Alter. Ich kann's dir nicht sagen. Ich war... Ich bin einfach nur durch die Straßen gerannt, in jedes scheiß Haus. Okay, dann pass ich auf. Alter, ich hab nichts gehabt, außer trinken ohne Ende. Naja, und jetzt sieht's wie es aus... Jetzt hat er, wie es auszutrinken ohne Ende. Fuck! Ich lauf jetzt vorsichtig die Straße entlang. Wenn ich irgendjemanden sehe, ist er tot. Alter, was ne krasse Folge. Ja, Mann. Wo bin ich jetzt gesporen, an der Küste auf jeden Fall. Ich hab die Mosin ausgerufen. Soll, hey, ich hatte eine Idee. Vielleicht warte ich unmittelbar am Eingang vor Elektro auf den. Der rennt vermutlich dann einer Zeit weiter, dann kann ich den abknallen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin. Ich glaub, ich muss gerade aus weiterrennen. Aber die Folge ist jetzt auch zu Ende. Ja, was eine krasse Folge das war. Vielleicht schaffe ich's noch, den abzuknallen, wenn er hier irgendwann entgegenkommt. Und ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschö.